Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens, der DAX am heutigen Dienstag, dem 20. Juni 2023. Wie ist der deutsche Aktienindex am heutigen Dienstag aus dem Handel gegangen? Zunächst einmal ein Minus von 0,55% und damit setzt sich eben die Konsolidierung seit dem Rekordhoch in der vergangenen Börsenwoche fort. Pünktlich eben zum Verfall sahen wir eben nochmals diesen Peak nach oben und ich betonte genau eben am vergangenen Freitag ein Rekordhoch in der Verfallswoche. Das ist durchaus gefährlich und oftmals sieht man eben nach der großen Verfallswoche die entgegengesetzte Richtung. Und genau die ist eben nun eingeschlagen, nachdem er zum Verfallen positiv unterwegs war. Sehen wir, dass in dieser Börsenwoche in Summe weiter nach unten geht. Dabei hat auch nun der deutsche Aktienindex schon im Stundenchart, nachdem wir den Trendbruch gesehen haben, das nächste Kursziel erreicht. Sollte der Leitindex, und darauf würde es eben nun ankommen, ein neues Tief erzielen, könnte eben die relevante Kurslücke im unteren Bereich bei ca. 15.950 Punkten die nächstwichtige Station sein, auf der der deutsche Aktienindex aufschlagen könnte. Apropos aufschlagen, wann schlagen denn mal die Bullen bei BASF auf? Nun ja, man muss in der Tat sagen, die charttechnische Lage ist weiterhin desaströs, nachdem sich zuletzt die hier zugespitzte charttechnische Konstellation sich nach unten aufgelöst hat, muss man nun auch in der Tat betonen, wirklich Positives gibt es seitens der BASF-Aktie hier nicht wirklich zu berichten. Schließlich hat man jetzt auch die letzte Kursunterstützung unterschritten. heißt unterhalb von 44,20 Euro sieht es ohnehin recht düster aus, kurzfristig also auch hier besser unterhalb von 44,45 Euro, Finger weg von BASF. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt zunächst einmal einen schönen Abend, schalten Sie morgen früh wieder ein, selbstverständlich dann, mit dem Blick auf die amerikanische Wall Street, auch hier gibt es Spannendes zu berichten. Musik Musik